So, servus und willkommen zurück zu meinem Hardcore-LP und schlafen gehen. Ha, geht doch. Ähm, ja, servus erstmal, ne. Ich stürze in letzter Zeit immer so voll rein in das Let's Play. Und hier, hier weiß ich noch nicht genau, was ich machen werde. Hier war die Fotokäste, gell, ja. Gib mir mal so ein Chicken. Ah, okay, das hätte ich jetzt beinahe übersehen. Ja, ähm, was machen wir diesmal? Ähm, ich würde jetzt... So, mal sagen, dass ich bis jetzt noch kein Pile habe, was ich machen werde. Ähm, ich könnte mir mal hier so ein paar Schilder machen. Zur Beschriftung. So, hier... Da, ähm... Ja, ähm... Ein Thema. Über was könnten wir denn dieses Mal reden? Wow, gleich drei Schilder. Ähm, ja, über was reden wir denn? Was haben wir denn hier drin? Ach so, das ist Monsterloot. Hä? Wie machen wir das jetzt mit der Beschriftung? Ähm, ja. Äh, ja, schwer. Ich mach's einfach mal hier hinten hinter. Monsterloot. Äh, ja. Kann man zwar nicht so gut lesen, aber egal. Und ja, ich spiel schon wieder ohne Internet. Was haben wir hier? Hier war doch Holz. Holzschäse. Ja, und dann hier noch das letzte Schild. Äh, nee, beschrift ich mal noch nicht. Das hier auch noch nicht. Ich beschriffe das oder... Naja. Äh. Vielleicht werde ich's auch noch anders machen. Ich glaub, ich mach's doch lieber anders. So, wie mach ich das jetzt? Also, hier so ein... Hier hab ich hier schon was drin. Nein, da auch noch nichts. Da hab ich Kohle. Dann würde ich hier mal... Was machen wir hier denn rein? Machen wir hier Wollekiste. Plus Farbstoffe. So, äh, mehr Wolle hab ich grad gar nicht. Doch, doch. Ich hab hier noch graue Wolle. Dann haben wir jetzt hier mal die Beschriftung. Ähm. Wolle. Ich hab immer bei diesem Lied das Gefühl, dass der Krankenwagen ist. Wolle und, äh... Kohle. Nein, fail. So. Obwohl, mach mal noch einen Strich mehr. So, ähm... Jetzt haben wir da... So, jetzt können wir hier beschriften, äh... Äh, was war denn da jetzt drin? Achso, Holz. Hol... Zischese. Das, 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 das... Dann, ne. So. Äh. Ich hab... Mach das hier jetzt einfach mal zur Steinkiste. Ey. Und das hier ist... Lehm und Brick und... Ja. Also... Äh... Ja, genau. Stein. Ach, Kacke. Und, ähm... Lehm. Und... Breaks. Boah, diese Musik. Da kriegt man ja einen depressiven. So. Jetzt haben wir schon mal eine minimale Beschriftung. Ja, ähm... So, ich glaube, ich mach mir mal eine Eisenrüstung. Einfach so, weil ich's kann. Ich mach vieles einfach so, weil ich's kann. Aber ganz ehrlich, ich find die Schuhe eigentlich schon unnütz. Bei der Kleidung. Also bei der Rüstung. Machen wir uns noch einen Helm und Schuhe lass ich weg, weil die nutzen sich ab, wenn du nur gehst. Find ich irgendwie bescheuert. So. Ähm... Wo war's da was? So. Ähm... Ja, stimmt. Jetzt gehen wir erstmal aufs Dach. Aber jetzt müssen wir das hier auch noch vergrößern. Geht's hier schneller? Nee. Geh... Ach so, ich hab die Schaufel. Ja, so geht's schon schneller, ähm... Da. So. So. So, so. Und so. Hm. Wie viel braucht man da noch? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Dreizehn. Toll, ne ungerade Zahl. Ach. Unten hab ich ja Dings. Dreizehn, das macht dann... Oh, ich hatte die Sickis dabei. Dreizehn geteilt durch, äh, äh, zwei sind... Ähm... Zwölf sind dann... Irgendwas über fünf. Ähm... Eins, zwei... Pfff... Ha. Toll. Nicht mal genug. Äh... Lass ich mir da mal was einfallen, was ich dann machen könnte. Äh... Da in diesem... Einem Teil, was hier nicht... So geht. Was könnte man denn hier machen? Ähm... Ja, also man sieht schon, das Haus wird jetzt immer größer. Das find ich richtig schön. Muss ich nochmal heilzacken gehen, warum verschwindet das Teil nicht? Ach, da ist immer noch... Ist da immer noch Scheiße drin? Ja... Ja... Ey... Ey... So... Baum, du wirst gefällt... Da ist noch mehr... Toll, da komm ich immer noch nicht dran. Gott, was ist denn das für ein Baum gewesen, was ich da gezüchtet hab? Ein Monstrum. Ein Monstrum. Äh... Ist jetzt hier noch irgendwo irgendeine Scheiße? Sieht nicht so aus. So... Ähm... Ja, lass mich durch. Äh... Äh... Ja... Hier. So, ich könnte hier mal wieder aufforsten. Einfach so. Weil ich's drauf hab. Nie acht. Ey... Du sollst da hin. Ähm... Ja, der Baum wird dir jetzt als nächstes gefällt. So... Ähm... 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 Wie wär's mal mit... Filmen. Schau gerne Filme. Äh... Mein Lieblingsfilm... Lieblingsfilm... Äh... Lieblingsfilm... Äh... Weil... Ich find viele Filme gut, aber... Dann... Favoriten rauszusuchen, das ist... Immer so gammlig schwer. Weil man einfach zu viele gut findet und dann... Ja... Kann man sagen, ist wie mit Freunden. Na, nicht wirklich, aber... Man hat auch immer... Nicht nur einen besten Freund, sondern hat man... Hat eigentlich mehrere beste Freunde. Also so ist es bei mir. Weiß ja nicht, wie's bei euch ist. Ah... Ähm... Ja... Ey... Lass mich rauf. Wie war das eigentlich mit den Äpfeln? Also, wenn mir das mal jemand... Erklären will... Müsste doch eigentlich jetzt hier so ein Apfel rausfallen. Wenn ich das jetzt hier doch mit der Hand abbaue. Oder? Oh, es wird Nacht. Ha! Glück gehabt, noch gerade gefunden. So ein Hallon-G. Au. So, abbauen. Gib mir mein Holz. Na... Lieber schlafen gehen. Lieber schlafen gehen, ne. Ah, meine. Rüstung ist... Ja. Schmeiß die Schaufel weg. Schmeiß die Schaufel weg. Oh, manana, oh manana, oh manana, oh manana. Oh. Ist nichts gespawnt. Das Schafel weg. Das Schaf um... Um... Ach, egal. Um... Her... Bin zu dumm, um zu reden. So, ich probiere das jetzt mal bei dem aus, ob das da geht. Und wenn nicht, dann bin ich beleidigt. Los, mein Lieber. Was für einen Ton. Schlafen. Wirklich? 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 Ja. Wirklich?